wir kommen zur polis gemeinsam komme was wolle der kleine wollte nicht weg irgendetwas hält ihn ich verstehe noch nicht was nichtsdestotrotz bin ich froh dass er hier ist denn erst hilfreich ja jemand da kommen zu sehr von hier Leute, haben Angst angegriffen zu werden, aber nicht böse. Wer bist du? Wo ist deine Identifikation? Ich meine es ernst. Schosse, alles in Ordnung, Leute. Entspart euch. Er ist ein Polis Ranger. Und unterwegs zum Ring. Na dann beeil dich. Die sind total nervös. Wollten uns nicht einmal durchlassen. Wir werden hier dann ein Haus tun. Du kannst ein bisschen einkaufen, wenn du willst. Du nimmst zu viel, ehrlich. Die eignen sich besonders für Mutanten. Also das sage ich dir als Freund. Davon solltest du was kaufen. Na los, kauf was. Beste Ware. Komm her, lass uns etwas Munition eintauschen. Kauf alles, was du willst. Die Munition hat beste Qualität. Ich würde selbst damit schießen, aber ich muss ja auch mein Geld verdienen. Schau dir den Zustand dieser Schönheit an. Nicht ein Kratzer. Ein gutes Geschäft. Vielen Dank. Solltest du etwas brauchen, dann komm, solange wir noch hier sind. Was du brauchst. Tiefen, alles. Hörte voraus. Erwarten uns. Wollen uns töten. Wissen noch nicht, was wir tun. Sie müssen alle einzelnen Geschäfte und Spinnenlöcher. Sie müssen jeden Zentimeter her wie ihre Westentasche kennen. Ja, Genosse Leutnant. Dann rücken Sie ab. Hier auch nicht. Er ist da. Er ist da. Los, zu Listen. Ich mach mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe gesehen, du hast die. Gut, jetzt weiß ich wofür. Ich bringe mehr. Ich bin hier. Ich helfe. Nicht immer genug Kraft alleine. Kulagin, nehmen Sie Minkin und folgen Sie dem Weg. Wir holen vielleicht noch die Karawane ein. Klevitski, Sie bleiben hier. Ja, Genosse Leutnant. Jawohl. Die holen wir nicht ein. Die sind lange weg. Wir sollten es versuchen. Warum? Es ist nur eine Karawane. Weil wir Befehle haben und jetzt abrücken. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir sie einholen. Ich bin da. Ich bin da. Was ist das? Das war's für heute. Was zum Teufel machen Sie da draußen im Preis? Schaffen Sie sofort Ihren Arsch damit? Jawohl! Muss ich die Damen an die Halt nehmen, das darf doch mal... Noch mehr Leute. Wissen von uns. Sehr rot, sehr begierig zu töten. Warte, dann töten wir den Ranger und fangen das Tier. Sie wissen es also noch. Aber wo ist Ihre Tarnung? Schaffen Sie, dass dieser Ranger Sie um Arsch damit ist? Das Tier, der sich auf den Rücken legt, ist, dass ich ihn nicht brauche. Ich habe einen Räumen, das der Wiese in meine Kuchen. Dann bin ich noch da in der Stelle, weil er mit der Wiese anziehen kann. Mit der Wiese anziehen. Dann ist er halt ein Ranger. Jawohl! Wir sind selbstständig, amter Kerl. Er ist nicht nur irgendein Ranger. Auf dem Ansatz zu Quanzerfuß hat er einen ganzen Trupp aufgewandt. Woher willst du das rüchern? Du warst nicht ganz. Er hat versuchte Gott entkommen. Wir haben ihn an Füßen an. Den Weg nicht hören, aber nicht mehr. Dann sind wir hier besser vor. Halten Sie endlich die Klappe und akzeptieren Sie sich! Doch gerade ist mit den Faschisten Frieden geschlossen. Ist noch kein Jahr her. Wir haben keine Wahl. Wie sagen die Polis hat große Feuerkraft. Wenn jemand anders sie kriegt, sind wir erlebnis. Ja gut. Was ist so besonders, als wenn wir in welchen Lager machen? Habe ich genug für die ganze Medikamente? Munition, Hüfte, Marken, Medikamente. Vielleicht doch etwas Schlimmes. Dann sind wir hier, um die Hanse da abzuhalten und uns zu befördern. Genau. Wir sind auch hier und hier zu töten. Halte also deine Finger am Abzug deiner Kaffee. Wir sind hier. Wir sind noch nicht aus der Gingale. Wir sind offen und flieげ zu, ob sie sich hier Lakes Victime ist. Ich bin wegen der Wenn collecting das Kaffee. Der ist wirklich verrückte Kaffee. Die Schlimmer sind in der Kaffee. Wir sind auch auf der Kaffee. Oh, oh, oh. Hm? Was? 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 I was forced to hit you so just a few times. Huh? Where is that? Was? What? Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist schon tiefer. Ja, du verdabter! Sie schauen wieder, schwarz und rot. Sie haben Angst und wollen immer noch töten. Die Flöten sind in der Flöten. Das war's für heute. Hier! Eine Grenade! Eine Grenade! Du kennst ihn! Und er kennt dich! Du kennst ihn! Und er kennt dich! Ah! Hm? Hey, Lesnicki! Alles klar hier? Natürlich! Im T6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Sieht nach etwas Wichtigem aus. Stellung bezogen. Perfekt, Lesnicki. Jetzt sind Sie dran, Genosse Moraschow. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar, ähm, geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andreevich aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von Ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnicki? Ja, Genosse General. Du hast einen deiner eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich! Dann fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den Roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Interessant. Aber ich bin zu erschöpft. Muss anhalten. Er ist sehr böse. Aber du hast recht. Töten ist schlimm. Enttäuschen Sie mich. Wie geht es? Enttäuschen Sie mich. Enttäuschen Sie mich. Er hat eingelADeren được. Jeremy und Brust. Er hat20- Chef. 7. Uff.